hallo leute recht herzlich willkommen zurück der neuen folge assassin's creed odyssey so heute werden wir mal ich glaube hier den teil von der karte ein bisschen klappern ein paar fragezeichen machen ein bisschen mission und so weiter und so weiter und schauen wir mal was uns jetzt heute hier erwartet ist auf jeden fall ganz schön was zu tun schauen wir uns aber jetzt an würde ich sagen ich würde mal sagen machen wir erst mal ich glaube das ist die hauptquest oder für das volk schauen wir doch mal schnell verbessere den speer flucht aus athen schau mal nochmal wo die quest ist die ist da oben da kommen wir gehen erst mal hierher die ist 100 meter weg dann machen wir doch gleich mal weiter ach mit dem haben wir ja schon gesprochen gehabt nee den machen wir jetzt nicht ich würde sagen wir machen gleich mit dem haben hatten wir schon gesprochen machen wir hier gleich weiter schatz plündern dass ich weit weg schauen wir mal wie man das hinkriegen auf jeden fall ein haufen gegner und da ist der schatz vielleicht können wir den unbemerkt plündern die stellen keine fragen ich bleibe lieber unbemerkt wir probieren es auf jeden fall dann haben wir das schon wieder abgeschlossen und dann gehen wir doch gleich hier weiter ich glaube das gehört auch zu der questreihe die wir in der letzten folge angefangen hatten die Ich habe gedacht, ich komme hier rein. Ich werde es ein bisschen langsamer nachladen. Ich werde es nicht langsamer. Ich werde es nicht langsamer, das habe es. Ich bin ein bisschen glücklich dafür. Ich habe es nicht langsamer. Das ist ja gut. Oben ist er. Hör die runter, Vorsicht. So, rieh den. Entschuldige, bitte. Wie kamst du an der Wache vorbei? Keiner kommt an ihr vorbei. Ruhig, Perikles schickt mich. Ah, lobet Athena. Ich wusste, er schickt Hilfe. Ich hatte Angst, die hätten dich auf mich angesetzt. Wir müssen dich von hier wegbringen. Ich soll dich aus Athen wegbringen. Dann weiß er von dem Komplott. Du meinst das Verfahren? So wie ich das sehe, hast du keine Chance. Ha, die Menschen lieben mich. Ich bin Phidias. Doch es gibt andere. Sie. Bei Zeus, es ist nicht die Verhandlung, vor der dich Perikles bewahren will. Das ist ein Auftrag, dich zu ermorden. Von wem ist das? Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Ich bin nur ein Künstler, will nur schaffen. Was soll ich denn tun? Als allererstes musst du dich zusammenreißen. Über dich wird gerichtet. Die Leute sind gegen dich und der Kult will dich töten. Ich sagte, reiß dich zusammen. Ja, natürlich. Wir sollten jetzt los. Gut, wir müssen los. Hast du eine Idee, wo ich dich hinbringen könnte? Südlich von Athen liegt die kleine Insel Serifos. Mein Freund Teras lebt dort. Als ich das Komplott gegen mich aufdeckte, informierte ich ihn. Wenn uns einer helfen kann, dann er. Gut, wenn er Hinweise auf die Identität der Kultisten hat, brauche ich sie. Ja, ja, natürlich. Die Wache. Ich lenke sie ab, du schleichst dich raus. Wir treffen uns heute Nacht und segeln nach Serifos. Verbirg dein Gesicht, bis wir uns am Hafen treffen. Verstanden. Du glaubst doch nicht, du könntest einen von uns angreifen und damit durchkommen. Komm raus und kämpfe! Ja, 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 ja. Stufe 18, den könnten wir eigentlich snacken. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah! 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 Ist... ...doh. Ja! Ah! Ja! Ja! Ah! 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 Das war's für heute. Jetzt haben wir drei Söldner am Arsch. Dann müssen wir uns irgendwo mal verstecken. Aber den Tod bestätigen musste ich jetzt nicht von dem, oder? Was ist das? Oh, Alter, das muss ich weg. Das ist zu heftig. Komm, wir gehen gleich mit dem Quest weiter machen. Guck mal, dass wir das abgehängt haben. Aber Drei-Kopf-Geld-Liga ist schon ein bisschen groß. Okay, sind wir schon am Hafen. Okay, wir machen mal Rast, dass Nachtwirt. Das ist ein bisschen großartig. So viele Schiffe. Und so viel... Ein Glück, du hast es geschafft. Ich war schon in Sorge. Ich sagte doch, ich bringe dich raus aus Athen. Das hast du. Je länger wir warten, desto gefährlicher wird es. Segeln wir nach Serifus, solange es noch geht. Okay, dann auf nach Serifus. Wir legen ab! Kapitän, absteuern! Schauen wir mal schnell auf die Karte, wo wir denn Land müssen überhaupt. Wir sind jetzt hier. Wir müssen bis hier runter. Die können wir auch noch schnell mitnehmen. Okay. Dann schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir sogar noch den hier schnell noch mit. Und dann den hier auch noch. Wir können etwas merken. Ich dachte nicht, dass ich Athen einmal verlassen. Auch ich vermies meine Heimat. Was ist das? Anliegen! Wir haben ein Feuer dabei! Schießt! Halt uns die Abwürdigung! Wahrscheinlich ist keiner! Wir stehen gleich unsere Geschäfte! So! Weile bereit! Wir ziehen keine Abwürdigung! Wir stehen vom Entsteuern! Feuer frei! Kapitel! Wir nehmen Schau! Der Feind ist Schau! Bereit! Muss ich aufpassen hier! Kapitel! Versuch uns zu blabbern! Keine! Aufpassen! Kapitel! Wir stehen an dem Schau! Oh Gott! Wir schütteln! Du mal entern! Dann müsste dem unsere Energie zum Schub wieder voll sein! Ich bin es! Schiffszustand wieder hergestellt. Entern ist gar nicht mal so schlecht, wenn man nicht mehr so viel Energie hat. Schiffszustand wieder hergestellt. 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 Bruderer bereit machen! Bruderer los! Vorwerfen! Tritt versiegt! Stufen 3! Stufe 3 vom Kopfgeld! Stufen 3 vom Kopfgeld! Oh! Stufen 3 vom Kopfgeld! Stufen 3 vom Kopfgeld! Stufen 3 vom Kopfgeld! Da muss ich es mal verwerfen! St Skill 3 vom Kopfgeld! Stufen 3 vom Kopf psychiatriere bedsum! Stufen 4 vom Kopfhand ¿Arrefhine? Results 4 vom Kopf數entriebe! Wenn die inklusive Schicksals! Sie liegt in foster L эксплуат. Wir sind in Feuerwehrverein! Wir machen den Krieg, wir können ein Kapitel! Wir machen die Schüsse! Wir machen die Schüsse! Feuerwehr! Wir haben keine Sorgen gemacht! Die anderen Teile sind links! Wir sind nicht in der Möge, oder was? Ja, ja, ja. Was ist das? Was ist das? Ich bin auch neugierig, aber wenn wir näher kommen, wird es gefährlich. Schon wieder, oder was? Ja, woher kommen die alle her, Mensch? Ich bin auch neugierig, ich bin auch neugierig. Ich bin auch neugierig, ich bin auch neugierig, ich bin auch neugierig. Das ist noch eins. Das gehört anscheinend zu uns, oder wie? Okay. Okay. Wacht schneller! Kapitän, die Ruderer halten das nicht durch! Wird hier irgendwo eine Anlegestelle jetzt hier? Dann nehme ich mir schon damit jetzt hier. Kapitän hat Steuer verlassen! Macht mal Pause! Wird hier noch mal auf Pause. Was ist denn hier? Hier ist irgendwo was. Bei uns oben auf dem Schiff, okay. Dann schauen wir später nach. Achso, das ist der Typ, den wir eskortieren sollen. Jetzt brauchen wir den Kultisten gleich, wenn wir schon hier sind. Oh! 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 Ah! Okay. Ich mach mich unsichtbar. Das wird leicht. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hm? Dann kannst du auch stehen bleiben. Keiner hier? Ich lasse ihn nicht entkommen. Wir werden bis uns! Was? Kommt mit! Der Schütze ist dort drüben! Der Schütze ist dort drüben! Das ist los! Der Schütze ist dort drüben! 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 Oh, hab ich ihn jetzt noch gekriegt, oder nicht? Oh, bitte! Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Was? Ich sehe nach, was das war. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss vorsichtig sein. Komm, das ist doch scheiße. Du musst dich anders angehen. Das sind einfach zu viele Gegner. Ich muss dich irgendwo hinlocken, wo die mich nicht gleich sehen. Ich muss vorsichtig sein. Bezahlen. Bezahlen wir mal. Alle Kopfgeld bezahlen. Ich muss mich verstecken. Das ist so ein bisschen leichter. Hier ist aber nichts zu verstecken groß. Was? 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 Was ist das? Was? Musik 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 Ja, ja, ja. Oh, jetzt hab er. wir haben ein paar anläufer gebraucht aber jetzt liegt er ja so hier haben wir stufe 19 in so ok dann würde ich sagen auf zum schiff ja warte mal wir müssen hier noch was erledigen vielleicht wird das athens macht erschütter so was haben wir jetzt noch ein schatz noch und ein kriegsvorrat da ist noch ein schatz komplett übersehen wieder das wurde auf der anderen seite ok schauen wir doch mal rüber okay dann haben wir sie abgeschlossen ok dann haben wir sie abgeschlossen Und dann auf zum Schiff, würde ich sagen Ich würde aber sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle, Leute Es ist schon wieder 50 Minuten, wahnsinnig, die Zeit vergeht Und wir sehen uns in der nächsten Folge Da würde ich auf jeden Fall sagen Dass wir dann Oh, 24, das ist schwer Dass wir uns den dann hier holen noch Und danach fahren wir dann Zu der Indel Serifos Ich markiere die schon mal auf der KD Genau, okay Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal Ciao, ciao, euer Andi Bis dahin noch viel Spaß